Wenn ich da das Gebiet noch mal so höre. Ich hab mich jetzt noch mal an den Dingens gesetzt, an den Feier, äh, an den Bonfire. Meinen muss ich aber nicht benutzen. Nein, 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 nein. In der Luft ist klar. Ich geh einfach noch mal zum Feier-Ding-Schreiben. Gibt es die Visibility of Resummon Sign in Enemy Phantom Worlds, ja. Restrict-Voice-Chat, Punkt. Ich mach mal Cross-Reason-Match-Match-Match-Match-Making an. Ich setz das nochmal neu. Ich setz das direkt vor das, ähm, vor die Message. Ich mach mal Cross-Reason-Match-Match-Making an. Und ansonsten musst du halt echt nur das Passwort eingeben. Passwort-Match-Matching? Ja, ja, das hab ich. Ich hab's nicht. Am und sein Visibility hab ich Restricted, aber ich muss ja kein Enemy Phantom. Allow a Restrict-Voice-Chat. Ich hab Restricted, aber ist egal. Launch-Setting ist... Play online, klar. Test 1, 2, 3. Hört man mich? Le handlar an! Lass dich mal in! Ja, also setzt du mal gleichil mettens mit. Gesang, sag dich mal fing� ändert aus. In der Nähe der Fall der KELT-Act-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Felber. Amen. 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 Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the Lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old Lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Aldrich, Saint of the Deep. The Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital, of the Deep. Yon, the giant. Nur in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is, that ash seeketh embers. 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 It is, that ash seeketh embers. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020